Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde jetzt nochmal schnell ein Video drehen. Wir haben ja schon eine ganze Weile nichts mehr gehört und ich wollte heute einfach mal meine neuen DVDs zeigen oder einige meiner neuen DVDs. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht nur gerne Bücher lese oder Hörbücher höre, sondern auch viele DVDs habe und viele DVDs schaue oder auch Streaming-Dienste. Und da möchte ich euch einfach ein paar Sachen, die ich so gefunden habe oder auch empfohlen bekommen habe, euch zeigen bzw. da sind auch nochmal Sachen dabei, die ich im Internet, im Streaming-Dienst gesehen habe und die ich nochmal auf DVD haben wollte. Ja, ich fange an, weil gleich mein Betreuer kommt und deswegen ist das jetzt mal ein etwas schnelles und kurzes Video. Und ja, die erste DVD ist der kleine Horrorladen. Fand ich sehr interessant, habe ich auch schon gesehen. Der kleine Horrorladen, da geht es ja darum, die haben da so einen Blumenladen und in diesem Blumenladen, ja, das läuft irgendwie nicht so richtig. Und weil es halt eben, ja, das war mal richtig, aber das mache ich so. Weil es halt eben nicht so läuft, hat der eine, der dort in dem Blumenladen arbeitet, so eine spezielle Pflanze. Und diese Pflanze ist total kurios. Ich werde natürlich nicht das Ende verraten und das ist witzig, humorvoll und echt, ja, amüsant. Allerdings ist das ja auch wie ein Musical und dieses Musical ist leider, also die Lieder sind leider in Englisch. Wer sie auf Deutsch hören will, der sollte zu Amazon Prime Music gehen oder die als CD bestellen. Und man kann dann dieses Müsige, wo nur die Lieder da zu hören sind, nochmal auf Deutsch hören. Das habe ich nämlich gemacht. Also, der kleine Horrorladen war eine Empfehlung von meinem Verlobten. Und in diesem Video werde ich jetzt nur ein paar neue DVDs vorstellen, die ich jetzt besorgt habe. Weil, ja, ich habe eine ganze Menge, da werde ich mal ein neues Video drehen und dann gucken wir mal weiter. Also, wie gesagt, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil mein Betreuer gleich kommt. Also, der kleine Horrorladen, ich finde es witzig, das ist so eine besondere Verpackung. Also, mir hat das gefallen. Mir hätte es noch besser gefallen, wenn es eine Variante gegeben hätte, wie deutsches Musical oder englisches. Also, wo die Lieder in Deutsch oder in Englisch, wie bei Mary Poppins halt eben. Ähm, das hätte ich noch cool gefunden, aber ich werde davon auch nochmal die müßige CD kaufen, wo man die Lieder in Deutsch hören kann. Ja, dann Terry Pratchett, den habe ich, ähm, und zwar Hogfarber, den, äh, bzw. Schweinsgalopp, den habe ich auch besorgt gebraucht, wie ihr seht. Neu gibt es den gar nicht mehr, weil einfach, ähm, ja, ich Terry Pratchett interessant finde und humorvoll und, ähm, wessen habe ich den besorgt. Und ich finde immer wieder cool diesen, diesen Sensemann, den finde ich immer am witzigsten und, äh, das ist so eine Weihnachtsverfilmung und alles ist so, ähm, total komisch und chaotisch und humorvoll. Das ist so britischer Humor und ich finde das einfach wie, ja, witzig. Also, man muss es gesehen haben, ich kann es nicht genau von Inhalt her erzählen, also man muss es einfach gesehen haben. Ist ja schon eine lange Zeit her, wo ich den gesehen habe. Inzwischen habe ich schon ganz viele andere Filme wieder gesehen. Deswegen, ähm, fand ich das so witzig mit dem Weihnachtsmann irgendwie und, ähm, aber ich glaube, ich werde den nochmal angucken. Vielleicht werde ich da auch nochmal eine Erzension machen dann. Ja, die Wächter habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die erste Folge gesehen, ähm, aber ich werde mir das auch mal angucken. Ähm, das ist so dystopisch, so dystopiemäßig, ähm, das in die Zukunft, in der Zukunft spielt und, äh, ja, wo Bücher verpönt sind und, äh, wo alles irgendwie so, ja, überwacht wird halt eben. Ich schaue mich an, auch dazu denke ich, wenn es mir gefallen hat, würde ich eine Erzension drehen. Ja, ähm, die dreibeinigen Herrscher, auch hier habe ich nur den Folge 1 gesehen, habe gesagt, ja, das ist interessant. Also, manches kann man in YouTube so ein bisschen schauen und findet das dann interessant und das habe ich dann auch gemacht. Das ist ein bisschen riesen, also, da kommt man ja so ein bisschen auch die Frage mit KI, Künstliche Intelligenz und, äh, Technik und inwiefern diese Technik, unsere Welt beherrschen wird. Und hier ist es in dem Fall, das ist so ein dreibeiniges, äh, Robotertechnik, keine Ahnung, wie man das bezeichnen will, sicherlich vom Menschen konstruiert und dann falsch und dann irgendwie hat das jetzt die Macht ergriffen. Und, ähm, als ich die erste Folge gesehen habe, hat mich das einfach so an, ähm, hier an H.G. Weltz erinnert, äh, die Zeitmaschine. Da ist ja auch mit, äh, wo man sieht, dass irgendwas da die Welt beherrscht und Kontrolle hat und die Menschen, äh, ja, kontrolliert und verwacht. Und, ja, keiner wehrt sich dagegen und, ja, also, das ist schon irgendwie so, so, von Gefühl her so, so ähnlich vielleicht. Also, ähm, ja, wenn wir halt eben diese Künstliche Intelligenz, das nicht richtig hinkriegen oder die Technik, kann sie halt eben auch gegen uns verwendet werden, was wir selbst hergestellt haben. Ja, und das ist hier, auch, da bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Mal gucken, wenn ich die ganzen Sachen gesehen habe, werde ich auch dazu mehr sagen können. Sweet Inspiration, das ist ein christlicher Spielfilm, und da habe ich auch mal den Trailer gesehen, in diesem christlichen Spielfilm geht es um Muffins, also Süßigkeitenkuchen ist genau mein Ding. Und da sind so Bibelsprüche eingebacken oder reingemacht als Zettel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber, ähm, bin ich mal schon gespannt, ob es mir gefallen wird. Die Besucher kenne ich auch noch nicht, soll auch eine Serie sein, auch so eine Dystopie, ähm, worum es geht, weiß ich nicht. Ich habe auch einen Trailer nur gesehen und, ich glaube, auch die Folge 1 habe ich gesehen in YouTube, fand ich auch interessant. Ich mag ja gerne so Dystopien, die Sachen, die in der Zukunft spielen, und das ist auch noch so eine alte, äh, Variante. Mal gucken, ob mir die Besucher gefällt und worum es da genau geht. Das Wandern ist Herrn Müllers Lust, das ist mit Toni Marschall und Heino, das ist schon was Älteres. Ich mag gerne diese Filmjuwelensachen, da bin ich immer so ein bisschen gespannt drauf. Äh, die mag ich einfach so allgemein gerne und das wird ja auch mit Musik sein und so. Ja, mal gucken und Naturbildern und, ähm, ja, mit Hansi Kraus. Schauen wir mal. Ja, cool, hier sitzt Töchter, äh, auf diese DVD bin ich gestoßen als, ähm, ja, das ist so ein bisschen wie so das doppelte Lötchen-Stil. Ähm, ach, ich bin ein bisschen müde. Äh, ja, da bin ich auch mal so gespannt, ist auch von, ähm, Fernsehjuwelen und, äh, das ist ja auch so zwei junge Frauen, die so ähnlich aussehen und dann, äh, es zu Verwechslungen kommt, aber in Erwachsenen-Variante. Und da also, jetzt nicht Kinder, sondern Erwachsene und mal gucken, ob es mir gefällt. Ja, The Color of Magic, den hab ich damals auch im Steamy-Dienst gesehen, ähm, das ist, äh, auch von Terry Pratchett, fanden Christian und ich total witzig, weil wir haben ja beide Terry Pratchett-Filme gesehen. Ich kann euch auch sagen, ich fand's cool, der ist jetzt neu rausgekommen, also neu in dem Sinne als Cover. Ähm, es gibt natürlich schon Terry Pratchett-DVDs, aber ich sammle ja immer gerne diese, ähm, Fernsehjuwelen-DVDs, und deswegen hab ich da gedacht, dann kann ich den jetzt auch mal bestellen. Ja, dann gibt's halt Joyce Meyer, die hab ich mir gekauft, ähm, das ist auch ne, ähm, ein christlicher Vortrag, ähm, Lachen mit Joyce, ich mag Joyce Meyer gerne. Und hier auch nochmal ein Vortrag von Joyce Meyer. Das ist halt eben, da erzählt sie über ihre Biografie, über ihr Leben, über Missbrauch, also für alle, die so gläubig sind oder die sich einfach für Joyce Meyer interessieren. Sie ist ja eine freikirchische, evangelistische Predigerin und ist sehr, sehr bekannt und macht auch so lebensberatende Sachen und, äh, erläutert halt eben, ja, wie wir anhand unseres christlichen Glaubens motiviert werden können und Trost und Kraft finden können. Die vorletzte DVD, der fröhliche Wanderer von Rudolf Schock und die Schaumburger Märchensänger, ähm, ja, da weiß ich auch noch nicht, worum es geht, aber Opernsänger Rudolf Schock ist natürlich sehr interessant und, wie gesagt, Fernsehjuwelen-DVDs sind auch interessant, also dachte ich mir, kann ich auch noch mit aufnehmen. Ja, und die letzte DVD, da habe ich die erste DVD gesehen und zwar in Farbe, die andere ist in schwarz-weiß, das sind zwei, äh, verschiedene Verfilmungen von Geisterkomödie, die erste in Farbe ist halt eben mit dieser, ähm, ähm, ja, Margaret Overford, ähm, die ja halt eben Miss, Miss, ach, wie heißt sie nochmal, mit diesen kriminellen, Kriminalfällen, Ich, ich muss jetzt kurz gucken. Miss Mäble, ja, da stand es nochmal, also, Ruf er vor, Miss Mäble und die hat halt Geisterkomödie und ich fand das total witzig und das Ende fand ich lustig. Also, ähm, ganz schnell, ähm, zur kurzen Erzählung, äh, da geht es um so ein Ehepaar und, äh, der Mann hat die zweite Frau jetzt, weil die erste Frau verstorben ist, ist mit ihr glücklich zusammen und dann laden die sich da so eine, äh, eine, äh, eine Wahrsagerin, eine, ja, Wahrsagerin, magische Person ein, äh, die macht so ein, so ein Session mit ihnen und sitzen dann im Kreis und so mit, äh, mit Händen auf dem Tisch und sie ist so eine Betrügerin eigentlich, ja. Sie, ähm, sie, ähm, wollte nur halt eben damit Geld verdienen und in Wirklichkeit kann sie es eigentlich gar nicht. Diese Session und diese ganzen Nuance, ne, Science, Science oder wie das heißt, ich kenne mich da nicht so gut aus, Science oder so. Ähm, jedenfalls, ähm, passiert aber dann auf einmal, dass der Mann seine verstorbene Frau als Geist sieht. Und nur er kann sie sehen und das hat dann diese, diese Frau herbei beschworen und aber war es gar nicht, eigentlich, gar nicht, äh, die war dann auch erschrocken, dass sie das doch konnte oder wie auch immer. Aber er war dann der Einzelne, der das gesehen hat und das Ende ist dann halt eben, sie macht ihnen das Leben schwer, beziehungsweise nicht ihn, sondern auch seiner zweiten, also die zweite Frau halt eben. Und, äh, da kommt es dann zu Konflikten und Schwierigkeiten und, äh, ja, Eifersuchsszenen so ein bisschen. Ja, und bis jetzt bei der Eifersuchsszene von der verstorbenen Frau, weil die verstorbene Frau wird unbedingt, dass die halt eben wieder zusammenkommen und das geht ja nicht, wenn jemand verstorben ist. Und dann versuchen die sie halt eben wieder zurückzubringen in diese Parallelwelt, in diese, ja, wo halt eben diese verstorbenen Geister hin sollen. Und das Ende möchte ich natürlich jetzt nicht, äh, verraten. Das ist total witzig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen schönen Tag heute noch. Ich kriege gleich noch Besuch von meinem Betreuer und hoffe, dass da einiges dabei war, auch mit diesem kurzen Video. Und wünsche euch alles Liebe. Bis dahin, eure Peggy. Bis dahin, eure Peggy. Bis dahin, eure Peggy. Bis dahin, eure Peggy. Bis dahin, eure Peggy.